Ja und herzlich willkommen zur Demo von The Crush House, nächste Demo vom Steam Next Fest. Und ja, das sah ganz interessant aus. Von daher starten wir gleich ins Spiel hinein. Ja und herzlich willkommen zur Demo von The Crush House. The Crush House Producer, ready to kick off a Season 1. This shows shaping up to be something special, so don't mess it up. We are counting on you. I am going to onboard you before the cast arrives. Let me give you the rundown. Okay, wir sind Produzent von einer Reality TV Show. Produce your rules. Do not speak to the talent, the audience is always right. Now listen Jay, this is important, the network has two rules for you. Number one, never ever speak to the cast, it's not your job. Number two, the audience is everything, give them what they want to see. Always. Follow those two rules and everything will be smooth sailing. Alright, grab your badge so you can get into the crew room. Here is where you will be sleeping. Sehr schön. Sure, it's not much, but you are not a talent. When you are ready, head to the door and I will give you a quick tour of the house. Season 1, Monday. Season 2, Monday. This is the Living Room, the first stop on your tour. What do you think of the conversation . Pretty retrism, huh? The aquarium could probably use some fish. Boah, was für ne Aufsicht. Obviamente ein Malibu-Mansion braucht einen Pool. Ein guter Ort für ein bisschen Bikini-Footage. Hier ist die Kitschung, der perfekte Spot für eine refreshing Can of Crush-Juice. Auch schön, Crush-Haus. Lastly, wir haben die Garten. Wir haben eine Fortuna auf Landscaping. Die Zuschauer besser empfiehlt es. Also, das ist nicht so überwältigend. Und das concludes the tour. It's time for you to get to the work. To get to work, head back down to the crew. The first task is to pick a cast for season 1. Go to the computer. Okay. Jetzt können wir also die Schauspieler aussuchen. Here's the shortlist of potential cast members. We're trusting you to pick four of them. Make sure to read the casting notes. And remember, a cast is more than its individual parts. Okay, in the demo gibt es jetzt bloß vier Leute. Daher können wir die bloß auswählen. Alex? A chill carpenter guy. A human golden retriever? Oh no. Mag so golden retriever Leute eigentlich gar nicht? Likes avoidant people his own space. Surfing. Dislikes conflict deep chat commitment. Charlie's sunshine and rainbow girls. Rainbow's girl. Full of repressed rage. Likes baking treats. Optimism and romantic convention. Dislikes wearing sarcasm. Serious topics. Being taken for granted. E-mail. 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 French stud. Charmingly offensive. Likes patient types. Challenge. Parties. Dislikes coyness. American fast food. Blind optimism. Und Priscilla. Unstable rich kid. Meltdown im eminient. Likes geniuses, fame and pop culture old fashioned romans. Dislikes people playing hard to get. Criticism called hard facts. Nehmen wir die mal. Bleibt uns da nichts anderes üblich. Ja gut. Greenscreen mag die Farbe gar nicht. Great. Go ahead and pick up the camcorder. Let's do a quick tech check. Use the chorby by the foot of your bed. Film it. Looks like it's working great. I just got word that the cast is heading over. It's time to get upstairs and wait by the pool. Okay, das kann, glaube ich, ziemlich interessant werden. Position good. They're almost here. Film each cast member as they come in and let's see how the audience reacts. Alright, sorry. Oh-oh-oh-oh-oh. And nutre 1. Yo, I'm Alex Wazza. I'm a carpenter, I love to like surf and chill and kick it with my buddies. This will be some surf tube. Wait, I thought there was gonna be like other people. Of course, natürlich. Und die nächste Kandidatin. Oh my god, hi, I'm Priscilla. Sounds crazy, but I always knew I was gonna be on TV. My mom is really big in Argentina. Tattoo. Und nächste Person. E-mail. Bonjour, I'm E-mail. What do Alexandre's not think about E-mail? Schaut euch seine Brusthalle an. Unglaublich Französisch. Und zu der Letzt. Last but not least. Hallo, hallo, I'm Charlie. Okay, well cool, wenn es vertont wäre. Aber vielleicht ist es ja das im Endspiel. Looks like we've already attracted an audience to crush fans. Keep tabs on what your audience wants to see via the comments. The more you film their interests, the happier they'll be. We call it quenching their thirsts in the biz. Quench enough thirsts and you'll satisfy the audience by filling up their goals. And remember, a satisfied audience makes for a satisfied network. In fact, the network has satisfaction goals for each day of filming. And if we don't meet them, they'll get cancelled. So get your practice in now because the network will demand a lot from you starting tomorrow. Schöne Schleichwerbung machen. Schöne Schleichwerbung machen. Schöne Schleichwerbung machen. Alex has trouble, wait and see. I want to see Brazil and Charlie bang. Was? Let's go Crunchers. Let's go Crunchers. Und gehen die jetzt bitte schon hin? Es ist so dynamisch, ich liebe es. Kannst du jetzt mal die Crash-Fans-Audienz, hallo? Hey, komm ich hier nicht mehr raus? Jetzt. Aber oben ist in der Mitte des Popcorn, das gefüllt werden muss. Und dann halt. Okay. 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 Das ist Blut. Das ist Blut. Ich verstehe es nicht ganz. Eigentlich haben wir den Task geschafft. Was ist das? Die Show wurde nicht gegründet. Die Show wurde nicht gegründet. Aber nicht gegründet. Aber nicht gegründet werden. Dinge werden viel busierer. Von hier an. Der Kast wird vielleicht zu beden. Aber du musst noch viel Arbeit machen. Die Show wurde nicht gegründet. 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 Die Show wird nicht gegründet. Wird nicht sagen, denn am Morgen nicht gegründet. Wir müssen deine eigenen Geld machen. Begründet zu spielen. In jedem Moment. Die Show wird nicht gegründet. Die Show wird nicht gegründet. Wir machen dieses Video. Wir gehen mal schlafen. Hm. Als ob so eine Show wird nur einer einzigen Person gefilmt. wird.